hallo weltraumpiraten ich nehme euch heute schon mal mit auf einen eher auf die ersten teil meines aktuellen battle reports in der cnn liga gespielt wird highly classified und ich habe die schotten als fraktion zugewiesen mein gegenüber das wusste ich nicht das ist erst an dem in dem spiel klar geworden spielt tartary das heißt wir spielen low tech gegen low tech ein bisschen unspannend aber ich war mit meiner war der wahl meiner fraktion zumindest sehr zufrieden schauen wir einmal auf die listen gespielt wird highly classified das heißt man muss classifieds erfüllen muss viele spezialisten mit da drin haben unterschiedliche spezialisten und ich habe mir eine einigermaßen interessante liste zusammengebaut ich möchte einen core spielen aus einem highlander gray das ist eine veteran und eine hi das heißt ich kann einige classifieds damit erfüllen das hmg kann sich den weg freischießen und damit eine ganze menge möglich machen ich habe isabel gregor mcgregor mit dabei damit habe ich ein hacker der mit assault pistols und die charges auch noch sehr spannend ist er minen gegebenenfalls flash puls top paket den ich im endeffekt dann mit nach vorn schleifen kann als weiteres dabei den one one two damit ich eventuellen doctor erfüllen kann doctor classified und zwei volunteers die mir einfach arrow präsenz geben sechs punkte einheiten chain rifles was will man damit mehr das macht ganz aus dem ganzen dann unreinen calling und damit habe ich eine ganze menge zur verfügung weil es bei der mission natürlich auch wichtig ist eine arrow präsenz zu haben ich will ja nicht nur mein classified erfüllen ich möchte auch dafür sorgen dass mein gegner ist möglichst nicht tun kann habe ich mich auch entschieden drei katarane mit t2 sniper rifle mitzunehmen zum einen weil ich die spc übrig habe zum anderen weil ich wallace mitnehmen möchte und damit die irregulären orders nutzen kann und damit habe ich mit 23 punkten sehr günstige einheit die mit einem bs 12 sogar sehr gut ist mit einem t2 rifle sehr gefährlich ist und die ich dort einfach platzieren kann um mir das spielfeld zu dominieren möglich möglichst dann wallace als lieutenant er ist eine total solide einheit er ist ein character womit er auch wieder viele classifieds erfüllen kann er hat er kann nahkampf er kann rauchwerfen hat ein explosive ccw da ist so viel drin eventuell kann ich das in spying leadership oder zumindest koordinierte lieutenant order benutzen gut ich finde das eine solide sache ich habe auch deswegen alle katerane in einen link in einem team gepackt weil ich eventuell damit mit einer koordinierten order von wallace dann die koordinieren möchte um harte ziele auszuschalten bisschen schwach brüstig bin ich nämlich wenn es an so ziele geht wie tags oder sowas die vielleicht dann auch noch mimetismus haben oder so da hätte ich wahrscheinlich eher probleme mit aber das möchte ich durchaus mal eingehen wenig long range waffen und dann muss ich halt eventuell mit nahkampf agieren mac murder weil ich es kann er wird auch regulär dabei es ist ein biest er ist auch ein character darum sollte ich ihn nicht mitnehmen das ist so ein schönes paket dabei die einheiten kosten so wenig das ist auf jeden fall interessant als nächstes denn mal auch den klar für zwölf punkte eine reguläre einheit die auch nahkampf kann die auch wieder ein character ist und so viele boxen tickt möchte ich auf jeden fall mit dabei haben dann kommt noch ein bisschen kamo mit fehlt auch eine schöne kombination zwei sas forward observer damit habe ich auch forward observer classifieds abgedeckt ich habe die charges abgedeckt ich habe nahkampf bei den jungs auch wieder abgedeckt also nahkampf kann ich auf jeden fall das dürfte nicht das problem sein und uxia mcneal diesmal die version mit dem msv 1 weil ich das msv braucht um classifieds zu erfüllen eigentlich schöner ist die assault pistol aber gut man kann nicht alles haben ist auch ein character insofern nichts zu meckern abschließend noch ein doser dabei die charges gizmo kit eventuell ingenieurs classifieds hatte ich gar nicht bedacht ist mir im spiel aufgefallen beziehungsweise hat mein gegenüber mir gesagt ich kann sogar denn mal heilen weil denn mal hat struktur alle zellenkriege haben struktur das heißt der doser ist eine sehr gute ergänzung gewesen ich habe ihn eigentlich nur mitgenommen weil er ingenieurs classifieds erfüllen kann aber so gefällt es mir auch ganz gut unbewusster weise hier das setup von meinem gegner eine sehr interessante setup aus meiner sicht zwei gruppen jeweils mit sechs regulären orders und dann noch ein bisschen irregulären dabei charakteristisch ist dass wir in beiden teams ein tank hunter haben einmal tank hunter und einmal was silly als lieutenant und als ober tank hunter wir haben in beiden listen ein spatznutz dabei haben wir in beiden listen ein strelok mit dabei in beiden listen ein gruppen ein tractor mule dabei war core nach unten drin wollen wir tun motor heißt einen scout noch mit drin dafür aber hier oben dann auch in der anderen gruppe noch ein strelok mit k9 antipoden und zwei irmandinios also sehr symmetrisch aufgebaut die gruppen aber dann noch ein bisschen flavor jeweils in die einzelnen gruppen rein finde ich sehr interessant kein link team dabei aber das ist okay spatznutz gut tank hunter gut jede menge kamo marka da drin da sind so viele die kohls das war schon wirklich hat mir kopfschmerzen bereitet darüber nachzudenken was denn da wohl wo drunter ist also finde ich eine sehr interessante liste auf jeden fall schauen wir aufs deployment wir haben classifieds gezogen hvd espionage der hacker muss das hvd in zone of control haben um einen wibwurf zu machen nicht unbedingt das was wir beide unbedingt haben wollen follow up ich brauche medium infantry oder heavy infantry die das hvd in zone of control haben müssen und normalen wibwurf machen müssen auch nicht das was wir beide unbedingt haben wollen capture relativ schwierig zu machen man muss einen von diesen spezielleinheiten den silhouetten kontakt haben an einem null einheit haben am ende des spiels das ist immer hart zu scoren bedeutet auch dass der zweite zug hier für dieses classified stark im vorteil ist mapping forward observer es wird der forward observer sein der an in der gegnerischen deployment zone an einem ziel ein wibwurf machen muss das sollte machbar sein forward observer werden wir beide zu genüge dabei haben dann haben wir noch unsere persönlichen classifieds ich habe mich für net andermine und entschieden ich weiß gar nicht mehr was die alternative war aber die war war möglich aber bei weitem nicht so attraktiv wie net andermine ich habe vier characters irgendwer davon wird das machen ich habe so viele die nach vorne rennen können irgendwer sollte das problemlos schaffen mein gegner hat die charges sabotage mit drin und das wird er dann auch schaffen initiative habe ich leider verloren mein gegner entscheidet sich dafür den ersten zug zu nehmen finde ich attraktiv hätte ich wahrscheinlich auch gemacht insbesondere weil die beiden classifieds mit hi und hacker doch schon kritisch sind und wenn ich die am anfang erfüllt bekomme dann ist das viel wert ich habe werde so sehr defensiv in dieser sache aufstellen den rest kriege ich denn dann glaube ich gut hin hätte ich also wahrscheinlich auch getan ich entschließe mich dann also entsprechend deployment zu wählen ich entschließe mich die blaue blaue seite hier zu nehmen weil ich sie etwas besser zu verteidigen finde ich kann etwas weiter zurück die plänen ich kann meine kamo marker schön davor auf bodennähe die plänen und ich habe offenes feld durch die straße hier die er auf meiner seite ist für meine sniper deswegen ganz klar für mich die entscheidung auf die blaue seite zu gehen mein gegner die plänen zuerst jede menge kamo marker wie man sieht es hier auf der linken seite ist aus meiner sicht relativ gut zu erkennen wir haben hier zwei kamo marker die forward deployment haben und ein marker der infiltration hat die streloks haben keine infiltration das ist also irgendwas anderes ich weiß es in dem moment nicht genau ist aber auf jeden fall irgendwie was anderes das heißt beide liegen das heißt es ist kein main layer das heißt es ein forward observer mit die koi hier hinten unklar ich nehme eigentlich fast an dass das hier und wahrscheinlich eine mine ist und das hier oben ein main layer es zeigt sich hinterher ist anders aber das ist meine interpretation dazu tractor mules ganz weit hinten in der defensive hier ist ein spätznats mit die koi nee das ist ein tank hunter mit die koi genau ein tank hunter mit die koi das hier sind die spätznats das hier sind auch zwei spätznats also spätznats mit die koi was ich natürlich alles zu dem zeitpunkt und ich weiß ich weiß nur dass da in summe sechs kamo marker in der gegnerischen die pläne zone stehen ich gehe davon aus das sind irgendwie drei modelle und die koi aber was auch immer das denn dahinter ist er mein gegner halt den walker zurück wir sehen hier das ist klar der k9 antipode mit strelok und 1 decoy und insofern einigermaßen gut zu interpretieren die liste aber man weiß immer nicht genau was da drunter ist und es ist einfach eine riesenmasse an kamo marker die irman dinos weit nach vorne geplatziert um nach vorne zu laufen der biker auch sehr exponiert nach vorne um auch möglichst nach vorne zu gehen und wie gesagt er hält den war driver zurück weil mein doch sehr signifikanter vorteil ist es dass ich weiß wo das gegnerische hvt ist und er das in dem zeitpunkt zu seinem deployment noch nicht weiß das ist ein durchaus interessanter vorteil weil wir sind beide die schwäche sind die ersten beiden classifieds wo ich das gegnerische hvt brauche ich halte diesen wie heißen sie noch kateran zurück hier oben weil ich mich entschließe das hvt auf diese stelle oder auf diese seite zu packen und hier habe ich eine lange feuerlinie und ich möchte dass mein gegner sich möglichst lange mit meinen snipern beschäftigen muss und damit nicht an das hvt rankommt ansonsten habe ich hier vorne ein kateran der von drüben von dem turm aus nicht gesehen werden kann das heißt von der deployment zone aus kaum sichtbar ist höchstens von da hinten ich hoffe dass das eigentlich außerhalb von der range ist und ich deswegen eigentlich möglichst auf meine long range setzen kann ich habe hier unten auch einen kateran der über diese flanke nach vorne guckt und auch hier oben noch sachen sieht ansonsten nicht so viel sieht hier über die kante noch ein bisschen abdeckt das ist nicht ganz gute range aber das ist eigentlich erstmal eine sehr solide basis ich entschließe mich denn mal auf diese flanke zu tun und mac murder auf die weil hier der die wege so schmal sind und denn mal da besser durchkommt und mac murder hier potenziell auch irgendwie gut schaden verursachen beide können gleichermaßen gut schaden verursachen können nach vorne laufen können mein spezial classified erfüllen das ist gut den doser brauche ich nicht wie gesagt ich habe es versehen ich wusste es nicht aber ich habe ihn sogar geschickt gestellt das ist glück meinerseits dass er nah bei denma ist aber er soll eigentlich nur im backfield abdecken um irgendwie da was zu machen ich habe keine große verwendung zu dem zeitpunkt mit ihm wallace ganz weit nach hinten der soll im besten fall turn 3 irgendwie raus kommen noch mal was tun da kann er sehr gut noch mal punkten mit seinem t2 rifle und nahkampf und kann noch was drehen er ist schnell ich habe angst dass ihm was passiert der soll schönartig hinten rüber dann habe ich mein core schön hier in die mitte platziert ich komme damit relativ gut dieses gebäude gibt mir deckung das gibt mir deckung ich muss nur diesen teil irgendwie abdecken und diesen diese offene fläche hier irgendwie vielleicht mit rauch zu legen ich komme damit relativ gut an das hvt ran ich muss nur irgendwie hinter diese linie kommen also über die mittellinie rüber und dann müsste das machbar sein ich gebe alles in deckung ich hoffe auf meine sniper weil ich brauche den highlander ich brauche den hacker das sind meine wichtigen einheiten ich will davon nichts als aufstehen lassen ich hätte sonst gedacht den hacker vielleicht auch hier unten hin zu stellen und flash pulses zu geben aber das ist mir alles zu gefährlich ich will die ersten und überleben um dann mit diesem team was machen zu können ich werde sie auch nicht als wahrscheinlich nicht als core bewegen deswegen den einen volunteer auf die eine seite um hier das gebiet abzudecken mcmurder deckt da auch noch ein bisschen mit ab der volunteer hier deckt den aufgang hier ab und damit dürfte eigentlich niemand einfach hier in meine festung reinkommen und ich kann über die treppe hier unten später rausziehen im midfield habe ich dann meine beiden sr in die mitte gepackt damit ich sowohl nach links als auch nach rechts stoßen kann und ich habe uxia hier hinten weit zurückgehalten ich sehe als zweiten zug sehe ich keinen mehrwert da drin sie über infiltrieren zu lassen ich möchte es lieber defensiv halten sie soll vielleicht hinterher was abschießen können oder aber auch einfach das net andermine erfüllen können ich halte die einheiten wirklich alle defensiv um blick in mein backfield zu haben und dem gegner dürfte keine möglichkeit haben auf die groß schießen zu können hvt ich entschließe mich auch das hvt möglichst dicht an meine grundlinie zu packen beide classifieds gehen auf zone of control das heißt ich brauche möglichst etwas um sie fern zu halten also an meine grundlinie sonst hätte ich gedacht wenn mit kein wenn es was anderes gewesen wäre hätte ich ein hvt zum beispiel irgendwo dahin platziert damit der gegner erst um das ziel drumherum muss aber das ist hier erstmal nicht relevant ich möchte es möglichst weit hinten haben damit der gegner möglichst weit kommen muss weil hier kann man sich so schön hinter dem lkw verstecken aber das hier fühlt sich für mich wie die beste position an hier wäre auch eine überlegung gewesen aber man kommt hier halt auch wieder irgendwie ran man kommt von hier oben ran und kommt in die 8 zoll ich habe die hoffnung dass hier kommt man nur muss man quasi eigentlich nach hier hin laufen nach dahin hoffe ich eigentlich der sniper guckt dahin ich hoffe dass ich das möglichst schwer mache meinem gegner werden wir sehen so mein gegner bringt dann den war driver er hat angst um ihn deswegen wird er hier hinter hinter der wand versteckt was clever ist er kann theoretisch einmal drüber springen und kann sich dann vorwärts bewegen aber der hacker ist das ist natürlich eine achillesferse genau wie bei mir wir versuchen beide mit unseren relevanten einheiten sehr defensiv zu sein damit wir die classifieds im endeffekt erfüllen können ich bringe dann meinen sniper hier oben rein der eben genau stückweit diese falle hier das ding als problemstelle aufmacht und wenn damit muss er sich auf jeden fall erst einmal mit dem sniper auseinandersetzen wenn ich glück habe hält ihn das hinreichend auf vielleicht habe ich ein bisschen krit glück oder sonst was ich kann damit ein bisschen was entscheiden und ihn möglichst verlangsamen um dann vielleicht dafür zu sorgen dass er nicht weiter kommt bis dahin fühle ich mich eigentlich okay also gucken wir was nach dem deployment kommt so ich habe nur leider nur ein save game nach der kompletten ersten runde gemacht das heißt wir müssen das ganze ein bisschen rekapitulieren ich habe in meinem ersten zug habe ich meinem gegner zwei befehle in gruppe 2 genommen hintergrund ist der biker der so sehr schon sehr schön exponiert vorne ist ist da drin da sind einige von denen aus meiner sicht bedrohlichen kamo markern sind da drin da ist hier dieser strelok mit dem k1 antipoden ist da drin und ich habe weniger angst vor diesen grünen kamo markern die hier oben drauf stehen deswegen entschließe ich mich aus dieser gruppe außerdem sind da noch zwei irreguläre drin da sind potenziell mehr power drin ich entschließe mich also da befehle rauszunehmen was tut er lässt beide imandinius vorlaufen ich entschließe mich beide male nicht meine sniper zu revealen weil na sind es glaube ich nicht wert sie können zwar rauch werfen sie können aber keinen alpha strike so richtig verursachen die ingenieure braucht er nicht also entschließe ich mich einfach das zu lassen er legt dann hier vorne rauchen hat er sehr geschickt positioniert werden wir gleich drauf kommen der andere amandinius läuft von hier aus nach vorne legt auch in die mitte rauch ok soweit er bewegt dann von hier oben den scout nach vorne der scout lag dort der klettert runter nutzt sein kamo um von hier hinten irgendwer sieht ihn ich glaube der kataran sieht ihn das das cover gelingt aber er legt sowieso er sprengt das ding hier mit den die chargers in die luft das ist das erste classified erfüllt er läuft dann nach hier vorne dann kommt ein relativ interessanter exchange er bleibt hier stehen und ich habe hier noch meinen kateran und ich nehme an er will gleich ein discover shoot machen der kataran hier oben sieht ihn noch nicht und ich entschließe aber trotzdem mit ihm nichts zu tun auch auf das discover entschließe ich nichts zu tun er ist außerhalb von 8 zoll er hat nur in anführungszeichen einer j nick das heißt zwei schuss er müsste das cover auf die netto minus 6 das heißt was hat er wird 13 das heißt auf die 7 und wenn er dann trifft dann schießt er auch auf die plus 3 also auf die netto minus 3 was hat er für ein bs 12 das heißt auf die 9 also drei würfel unter 10 in summe irgendwas muss davon ja hoffentlich nicht nicht funktionieren wenn er wenn der das cover nicht klappt dann steht er hier ziemlich unschön aber dann dann wird es unproblematisch für ihn alles nicht so attraktiv das ist glaube ich für mich das richtige einfach abzuwarten und zu hoffen er schafft den das cover hat er glück er schafft auch von den zwei schüssen ein das ist natürlich dann traurig da gibt ein da-schuss gegen mich der der kateran stirbt schade ich glaube es war trotzdem ein würdiges ergebnis für mich ich würde das wieder so tun das risiko einzugehen der scout läuft dann weiter nach hier vorne und macht seinen wibwurf an dieser mauer der kateran er läuft langsam schon außerhalb aus den befehlen raus der kateran deklariert schießt auf ihn trifft leider nicht das ist schade es geht auf die minus 3 sogar schon und nochmal minus 3 für mimetismus also nur auf die 6 ich treffe nicht das heißt der scout bleibt dort sogar stehen denn war deutsch erfolgreich und dort steht hier auch nach vorne um ihn im endeffekt zu bedrohen damit falls er das den wibwurf nicht schafft er es nicht nochmal machen kann es klappt aber für ihn er hat also sein classified erfüllt der scout lebt noch eigentlich ein perfektes outcome für ihn für sein spiel er hat den 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 kateran getötet zwei classifieds erfüllt und er steht am ende noch das ist ein sehr solides ergebnis für seine sechs befehle die er in gruppe eins da rein investiert hat das weitere ist der der ähm vasili der tank hunter von hier unten bewegt sich nach vorne läuft nach hier vorne und es stellt sich heraus der irmandinho hat den rauch so perfekt platziert dass vasili genau bis hier hin laufen kann um in 8 zoll mit dem hvt zu sein trotzdem noch im rauch zu sein und äh kann sein classified dort auch erfüllen läuft dann ein bisschen zurück und bleibt hier stehen im endeffekt auch gutes outcome er hat wenig befehle dafür dort drin ähm der irmandinho hier vorne kann sich nicht mehr wegbewegen der irmandinho kann sich glaube ich auch nicht mehr wegbewegen er muss in summe ein paar command token benutzen um äh befehle zu flippen und ähm mehr achso genau er bewegt den spätznatz hier noch raus glaube ich zumindest um äh einen shootout mit dem sniper da oben zu machen stellt fest dass es hier leider schlechte range für ihn ist das ist gutes ergebnis für mich ähm und ich weiß gar nicht ich überlebe es glaube ich ich weiß nicht ob er es noch einmal versucht oder ob er einfach dort verbleibt äh und dann prone geht ähm kriege ich nicht mehr ganz hin in summe eigentlich ein sehr gute erste runde er hat zwei classifieds erfüllt er hat sein private classified erfüllt und ähm ja damit gehe ich in meine erste runde für mich ist relativ klar was ich tun möchte ich muss hier den was sie liebeseitigen ich habe angst vor diesem gebiet hier hinten steht noch der kamo marker ähm ich habe irgendwie ein bisschen angst dass da was template mäßiges drunter ist und ähm ich möchte deswegen eigentlich hier rauch hinwerfen das heißt ich muss ein bisschen trick sich agieren das erste ist ich lasse mac murder vorlaufen nach vorne um dann zu dodgen um schon mal in diese richtung zu kommen ziel ist es mit mac murder im zweifel hier hinten irgendwo rauch hin zu legen um dann mein link team frei zu bekommen und zu agieren ähm der denma nimmt auch seine im patches order haut den oder geht mit dem scout in den nahkampf der legt eine mine weil er weiß dass wenn die mine aktiviert wird der denma und den katarand treffen kluger zug ich entschließe mich an der stelle die chain rifles zu legen ich brauche einen toten körper und wenn ein toter körper oder ein bewusstloser körper direkt vor meiner deployment zone liegt wäre das genau das was ich haben will zwei chain rifles eins wird er hoffentlich rüsten tut er nicht er stirbt leider vollständig ähm schade deswegen habe ich auch nicht mit dem nahkampf zugehauen weil d a auf physics hoch mit ap ne die wahrscheinlichkeit dass der die chain rifle überleben und deswegen auch nicht die heavy pistol auch da schock ähm das heißt die wahrscheinlichkeit mit den chain rifles ist die beste schade äh der stirbt leider muss ich mich später um was anderes kümmern ich lasse den aber erstmal hier stehen weil die mine möchte ich jetzt erst einmal nicht mehr aktivieren so äh ich nutze dann 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 nutze ich glaube ich diesen kataran hier genau der äh äh das äh und der imandino bleibt ähm wirft der rauch ich glaube er wirft rauch so ich kann dann äh mit dem link das link team aktivieren und schaffe es hier rum zu laufen äh sodass ich an dem rauch vorbeigucken kann den imandino sehe aber wichtig ist mir dass dieser kamo marker durch den rauch blockiert ist und das klappt auch ähm weil ich habe angst vor dem kamo marker der imandino steht ein bisschen weiter hier raus und deswegen kriege ich da einen winkel hin das ist ein beifang sage ich mal äh was ich mitnehmen kann nehme ich mit der äh highlander bewegt sich hier runter die restlichen laufen auch alle mit wie gesagt der volunteer hier hinten bleibt einfach da wo er ist der volunteer hier unten der hier vorne war läuft auch mit nach vorne ich habe vor den entweder hinterher da stehen zu lassen oder das hvt zurückzuziehen je nachdem mal schauen ähm genau ich bewege mich also hier rum und bewege mich schon mal in die in die richtige richtung ich nutze dann die koordinierte order von dem inspiring leadership um den das link team zu brechen äh mcgregor highlander gray und doctor bewegen sich zusammen mit wallace äh mit mcmurder nach vorne mcmurder läuft nach hier hin alle anderen bewegen sich einfach nach vorne ich kann den move move machen und damit sehr effizient ich muss order effizient sein ich möchte mit meinen einheiten nach vorne und wieder zurück und dabei noch zwei mit würfe machen das äh zehrt schon an den befehlen deswegen versuche ich möglichst effizient zu sein also bewegen sich alle alle rennen nach vorne mcmurder rennt auch bis hier hin nach vorne um weil ich muss hier mich um wasili kümmern ich möchte nicht mit dem sniper auf ihn schießen das ist äh zu fairer schuss mhm also nach hier hin dann aktiviert mcmurder läuft hier raus und äh legt chainrifle der imandinho hat gedodged legt chainrifle auf äh beide in der hoffnung dass ähm sie nach möglichkeit nicht dodgen ne ich glaub der äh beide schießen auf mich genau der imandinho legt ein template zurück und wasili schießt mit der pistol auf mich ich hoffe dass beide eigentlich tot gehen wär bester outcome das klappt leider nicht der imandinho stirbt äh wasili schießt erfolgreich gegen mich macht mir eine wunde äh und äh tankt seinen save okay gut kann passieren ich hab in gruppe 2 aber desweiteren nicht viel zu tun also kommt uxia dran uxia läuft nach hier vorne ich stelle sowieso fest ich bin nicht sicher ob ich mcmurder vollständig in die gegnerische äh hälfte des spielfelds rein bekomme also ist mein ziel mit uxia äh das äh mein persönliches classified zu erfüllen ich bin mir nicht sicher ob es mcmurder kann außerdem ist es gruppe 1 also ist uschi vorne sowieso gut uxia läuft nach hier hin macht glaube ich in zwei befehlen kurzen prozess mit wasili läuft nach hier hin macht ihr classified und läuft dann zurück also ich hab auch mein privates classified schon mal erfüllt ist wichtig gibt drei punkte macht äh äh zieht gleich und ich hab meine gruppe 2 bis dahin sehr solide benutzt bin damit sehr zufrieden der äh ich baue hier den link wieder neu und dann äh ist das fällt ist mittlerweile gecleared mhm ich weiß gar nicht woher der zweite rauch hier kommt irgendwas hat hier nochmal rauch geworfen weiß nicht ähm auf jeden fall ist hier nichts mehr zu sehen mich kann hier nichts mehr sehen ich kann mich frei bewegen das heißt ich laufe lasse das team vorlaufen highlander gray ist zum glück sehr schnell das ist sehr gut das heißt der läuft nach hier vorne vor macht seinen äh seinen wibwurf er zieht sich dann zurück hacker bewegt sich nach vorne macht seinen wibwurf und ich zieh mich weiter zurück und hab sogar noch ein paar befehle um mich hier hinten zu repositionieren Doktor irgendwie in die ecke Isabel hier nach unten ich brauche sie beide nicht mehr vollständig deswegen halte ich sie ein bisschen in Aro-Position weil ich habe meine classifieds damit schon erfüllt ich muss jetzt nur noch überleben und am Ende Capture irgendwie schaffen das reicht aber wahrscheinlich ganz wenig an Befehlen die ich dafür brauche das ist nicht mehr orderintensiv und ich brauche Mapping ach genau ich habe am Anfang der Runde diesen SAS in Gruppe 1 gebracht weil auf dieser Seite wenig Hartes noch ist also wenig Arrows das heißt also zumindest weniger als hier vorne weil hier sind irgendwie noch diese Sachen und mein Plan ist es dann eben hier rüber irgendwie zu laufen und das classified zu erfüllen unterwegs übrigens unterwegs habe ich noch den mit dem Highlander den Doktor weggeschossen von hier aus kriege ich eine Linie er steht im offenen kein Mimitismus bisschen Glück ich treffe ihn glaube ich kritisch nur ich habe aber plus 1 Damage er rüstet sogar auf die 16 das ist schade auf der anderen Seite einen Burst 5 Schuss gegen einen dodgenden Biker im offenen das sollte ich durchaus auch gewinnen dürfen am Ende habe ich sogar noch ein paar Befehle übrig um mit dem Volunteer den ich vorher mit dem Link mit nach vorne genommen habe der aber irgendwann rausgebrochen ist weil der Highlander hier vorne zu weit vorne stand der ist irgendwo hier rausgebrochen der läuft zum HVT und bewegt sich von da aus dann zurück ich habe da glaube ich noch ein zwei Befehle übrig alles was ich nach hinten bringe ich weiß ja wo der Hacker ist es muss weg vom Hacker ist gut für mich der ist jetzt also Hacker muss mindestens knapp vor dieses Gebäude das das reicht schon mal das halte ich für sehr unwahrscheinlich dass der Hacker bis dahin kommt das heißt das ist erst einmal okay ich habe alles als Aro aufgestellt ich habe sehr viele Einheiten sogar auch beseitigt dabei also ich habe zwei Imandinius beseitigt ich habe den Doktor beseitigt ich habe Vasili beseitigt das heißt ich habe im Moment eigentlich ein ganz gutes Gefühl dabei wir haben beide zwei Classifieds erfüllt und ich glaube meine Rest Classifieds sind besser in dem Moment das heißt ja meine erste Runde war erfolgreicher als die von meinem Gegenüber ah hier ich lege noch eine EM Mine weil ich irgendwann mal Platz übrig habe Movement übrig habe um hier zumindest auch nochmal was zu tun also doch schon gefällt mir gut so mein Gegner hat seine zweite Runde was ist passiert ähm die Spätznatze tun glaube ich eine ganze Menge versuchen irgendwie zu schießen äh der Highlander nettes wirklich nettes Tool der Spätznatz hier hinten schießt auf den Highlander der kann zumindest mit einem doppelten Smoke Dodge reagieren und wirft Rauch nach hier vorne weil das sieht er diesen Punkt da sieht er gerade so eben ja das ist das ist schon mal immer gut ich muss nicht normal regulär dodgen ich kann Smoke dodgen zweimal auf die 13 was zum Glück sogar auch klappt ähm und äh gegen viermal auf die 15 glaube ich Wahrscheinlichkeiten sind doch für den Angreifer aber ähm kann natürlich auch immer mal funktionieren und es klappt das ist sehr glücklich für mich das heißt Befehle geklaut der andere Spätznatz macht irgendwann kurz einen Prozess hier oben genau der läuft raus läuft ganz aggressiv raus weil er in guter Range ist schießt auf den äh Kateran die Mine geht hoch ähm Denmar wird auch getroffen Denmar dodgt auch also Denmar dodgt der Kateran dodgt weil äh ich will nach Möglichkeit überleben Pech für mich ähm ich weiß gar nicht ob ich die Schüsse überlebe aber den den Dodge schaffe ich nicht das heißt die Mine tötet mich und die Mine macht auch Denmar bewusstlos schade das heißt das waren in Summe sehr worthy Move vom äh von dem ganzen Setup aber okay Pech ähm der Spätznatz läuft nach hier drüben versucht den McMurder anzugehen McMurder schafft aber erfolgreich sein Smoke Dodge also geht er hier in Suppressive Fire er kann mit dem War Driver noch nicht nach vorne da ist zu viel im Weg er entschließt sich also ähm und ich glaube da hat er er hat nicht gesehen dass äh oder nicht auf dem Schirm gehabt dass für Capture es eine Bedingung gibt das muss ein Veteran äh Troop Elite Troop oder Chain of Command sein und äh er möchte nach Möglichkeit mit dem Strelok nach vorne um das äh äh um den Körper claimen zu können am Ende aber das kann der Strelok gar nicht er hat dabei ein bisschen Pech er läuft hier vorne rein und der Dozer schafft glaube ich in Summe vier Angriffe ne er dodged erfolgreich rüstet erfolgreich kritisch äh dodged er das ist schon echt unverschämtes Glück von mir werden wir gleich sehen ob mir das was bringt am Ende ähm ähm genau er ist damit hier reingelaufen und ähm ähm um im Endeffekt weitere Classifieds zu erfüllen weil den äh an das HVT kommt er in dem Moment nicht ran und viel mehr passiert im Endeffekt auch nicht dadurch dass er seine Einheiten auf zwei Gruppen aufgeteilt hat er brennt in diesem Fall dann jetzt alle letzten Command Token durch um irreguläre Orders zu äh flippen um äh Old Valve Prestige zu benutzen er hat er hat nicht die richtige Power weil die Einheiten im Endeffekt geteilt sind und jeder jedes Team im Endeffekt äh ja begrenzt ist in seinen Ressourcen am Ende und äh damit kann er nur kleine Akzente setzen und ich glaube das trifft ihn am Ende da an vielen Stellen immer noch also schauen wir was ich in meiner nächsten Runde mache ja ich versuche hier an der Stelle natürlich den Sack zuzumachen mein Haares kann in der Mitte stehen bleiben ich entschließe mich nicht mit McMurder in den Angriff zu gehen Spetsnatz ist aggressiv der mit Suppressive Fire das überlebe ich wahrscheinlich nicht ähm die Frage ist ob der War Driver für mich noch so eine Gefahr darstellt ich entschließe mich dass er es nicht tut und ähm ich möchte lieber meine Gruppe 1 voll darauf auslegen um diesen SRS den hat das ist der den ich hier vorne in Gruppe 1 gepackt habe um äh weiter den Druck auf die Classifieds auszufüllen auszuüben ich bewege mich hier rum hier drüben sieht mich nichts mehr achso ich glaube doch der Highlander Grey muss hier einmal den Shootout mit dem Spetsnatz machen das ist ein bisschen risky im Nachhinein betrachtet ein Schuss auf die 15 gegen 5 mal auf die 13 ne gegen 5 mal auf die 10 ähm ja nicht ganz das was ich mir erwünscht hätte vielleicht wäre ich sogar auch mit dem äh äh mit dem Light Shotgun hier eher nach vorne gelaufen und hätte auf den Spetsnatz geschossen dann ich hätte eigentlich theoretisch ja auch ich hätte ihn gar nicht beschießen müssen ich hätte hier rüber laufen können und erst mein Classified erfüllen schön hier hinter und dann raus gucken und den Spetsnatz umnieten das wäre äh auch eine gute Variante gewesen ich weiß nicht ob ich den Shootout so genommen hätte wenn ich äh das vorher mir dessen bewusst gewesen wäre ich habe aber Glück fünf mal auf die 10 klappt äh die einmal auf die 15 ist irgendwie nicht erfolgreich und der Spetsnatz geht bewusst los ansonsten hat der SRS natürlich hier ist rumgelaufen hat seinen Soll erfüllt bleibt hier stehen ähm ähm ich kann hier nicht mehr viel erfüllen weiß gar nicht ob ich noch Befehle gehabt hätte den Traktor Mule anzugreifen ich habe ihn glaube ich auf jeden Fall nicht gesehen ähm mein Ziel ist damit auf jeden Fall ich habe drei Classifieds ich halte den Druck aufrecht was die Classifieds angeht ich töte immer mehr Orders weil ich in dem Moment schon gesehen habe sein Order Pool ist ziemlich verteilt er hat nicht mehr den Druck in einem Team und je mehr ich da einzelne rausnehmen umso mehr tut das weh weil es die Möglichkeiten einfach massiv limitiert hm ich habe wieder die Hoffnung hier hinten mein Dozer hat ja wahnsinnig Glück gehabt in Gruppe 2 dass er überlebt hat und ich habe hier vorne ansonsten mit Gruppe 2 nicht so richtig viel was ich tun kann Uxia Uxia könnte irgendwo nach hier laufen und Granaten hier rüber werfen aber ich habe irgendwie doch ich habe irgendwie noch zumindest einen koordinierten Befehl äh vom Wallace habe ich übrig um den Volontier noch nach hinten zu bewegen damit ist das HVT so weit weg da kommt er nicht mehr hin das ist utopisch damit habe ich das eine äh classified gesichert Gruppe 2 muss also im Moment eigentlich gar nicht mehr wirklich was tun ich entschließe mich also nachdem äh mein Gegner mich darauf hinweist dass Denmar also hat er in der Runde davor schon getan Struktur hat äh vielen Dank dafür ähm dass der Dozer ist doch genau der richtige ein Gizmo-Kit da reinschießen und den aufheben wenn der steht ich habe wieder einen Körper mitten in meiner Deployment Zone wenn ich den Strelok der muss doch hoffentlich jetzt dann mindestens ein Amor Save für den ähm äh von den Chain Rifles überleben und äh Denmar ist ein äh Charakter also ein Elite Elite? Elite Troop ja genau kann das erfüllen das wäre super das wäre prächtig ja wieviel Befehle habe ich da? 3 ich habe auch einen Command-Token für O12-Pastige da reingesetzt 4 der Dozer will nicht treffen der schießt einfach gnadenlos daneben also ne die Tatsache dass der Strelok es nicht geschafft hat den Dozer zu töten hat mir nichts gebracht ich habe auch nur Befehle da reingepustet für nichts ja ich habe auch ich habe zu viel Angst den Strelok anzugehen indem ich da rum gucke ähm weil der kann mich auch eher ausschalten dass der Dozer ist kein Kämpfer also bleibe ich lieber hier hinten das der lieber den Befehl konservieren ähm schade ja also Board Control ausgebaut classifieds erfüllt äh gegnerische Order Pool ziemlich negiert ich bin sehr optimistisch dass ich äh hier sehr gut in meine letzte Runde gehen kann bevor ich mir in meine letzte Runde gehen kann hat mein Gegner gegenüber noch die Chance mir ein hinreichendes Puzzle zu generieren ähm ähm ja der Spätznatz hier vorne kümmert sich um meinen äh äh um meinen Highlander schade äh der geht zwar äh Doggett an der Stelle ich brauche ihn danach nicht mehr um weiterhin Aro Präsenz zu stellen er sieht auch der Strelok schießt mit der äh Boarding Shotgun der Isobel in den Rücken auch relativ glücklich Longshot äh minus 3 landet aber einen Schuss Isobel geht bewusstlos er holt auch den anderen Strelok nach hier oben um Uxia zu bedrohen und er holt äh den Tankhunter hier nach vorne um damit McMurder in äh Base to Base zu sein um diesen zu achso genau ich glaub der Spätznatz hat vorher noch äh McMurder offensichtlich umgekniftet Glück gehabt dass der nur bewusstlos gegangen ist der Tankhunter äh möchte jetzt diesen Körper claimen und deswegen muss der Strelok hier den Uxia pinnen damit ich nach Möglichkeit nicht mehr groß was machen kann für mehr hat er aber im Ende dann dort keine Befehle mehr das kann er noch irgendwie auf beide Gruppen einigermaßen aufteilen und mehr kriegt er dann an der Stelle gar nicht mehr hin ist doch noch überraschend viel zwei drei Befehle sind mir dann doch noch in Gruppe 1 abhanden gekommen und ähm da steht noch eine ganze Menge so dass ich doch schon noch ein bisschen ein ungutes Gefühl habe und überlegen muss ob das wirklich so klappt mit dem letzten Turn ja da zeigt sich am Ende dann doch noch mal dass das äh dass da immer noch Power in meiner Liste drin ist der Wallis nutzt erstmal eine reguläre Befehl und läuft nach hier vorne von hier aus nutze ich eine koordinierte Order mit dem Volontier der Wallis rennt nach vorne der Doktor läuft nach vorne um hier vorne diesen Strelok zu beseitigen das ist das einzige Ziel ich möchte den möglichst der muss Uxia frei bekommen äh und äh das äh Beweglichkeit ermöglichen ich habe überlegt ob ich Befehle links oder rechts tausche und stelle dann irgendwann wieder fest in der letzten Runde macht das keinen Sinn mehr Befehle zu tauschen weil wenn ich eine Einheit in eine Gruppe an in eine andere Gruppe schiebe setze ich dafür einen Command Token ein den Command Token kann ich genauso gut für O12 Prestige ausgeben und bin damit noch flexibel ob ich den Gruppe 1 oder 2 brauche weil es ist mir unklar wo ich denn nun am Ende mehr Befehle brauche hängt so ein bisschen davon ab wenn irgendwas nicht ganz nach Plan läuft der Plan ist natürlich mit Uxia äh den Tank Hunter beseitigen äh und dann entweder Wallis oder Uxia in Base to Base mit dem mit Tank Hunter oder Irmandino bringen ähm damit ich das äh letzte Classified im Endeffekt noch scoren kann der für muss eigentlich nur diese Einheit muss nur weg der äh Strelok hier hinten ist irrelevant dafür der kann mich zwar äh Forward Observe oder Flash pulsen aber Stun hält mich in dem ganzen Gefangenen nicht mehr auf also ich hole alles hier raus äh koordinierte Order er schießt auf äh Wallis mhm was glaube ich ein Fehler ist ich habe nämlich hier Wallis, Volontier und 1-1-2 und eigentlich möchte ich Uxia hier vorne frei bekommen damit ich mit ihr nach vorne laufen kann und den Tank Hunter besiegen beziehungsweise sie an den Nahen den Irmandino ran bringen kann das heißt der SAS kann Wallis eigentlich nicht töten höchstens wenn er crittert er wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit sterben durch das Chain Rifle oder den Light Shotgun Schuss das heißt ich bin mit dem Ergebnis in jedem Fall zufrieden dass ich mindestens einen vielleicht sogar zwei Armor Saves erzwingen kann es kommt sogar noch besser Wallis schießt sogar besser als der SAS und tötet ihn damit und damit ist es das Spiel besiegelt Uxia läuft nach hier vorne schießt auf den Tank Hunter der keine Deckung hat besiegt den Tank Hunter und sogar nur bewusstlos wobei das egal gewesen wäre hier unten drunter wäre hätte ein Ingenieur gelegen auch der Walker hätte mich daran nicht gehindert weil Gestunt wäre kein Problem gewesen und ich kann easy davon hinlaufen und das letzte Classified score damit ist das ganze ein absoluter Sieg für mich lustiges Ereignis wäre noch gewesen wenn ich Zeit dafür gehabt hätte und das wäre wahrscheinlich das nicht relevante aber mit dem One-Man-Two hier vorne rumlaufen er hätte auch erst den SAS beseitigen müssen ich hätte da hinten den Strelok beseitigen müssen ne ist gar kein SAS ist ein Strelok hier vorne beide Streloks hätte ich beseitigen müssen und wenn ich dann mit dem Gizmo-Kit McMurder beschossen hätte entweder ihn aufstehen lassen dann hätte der sich den Tank Hunter vorgenommen oder ihn einfach töten und den Tank Hunter damit denyen dass er einen Körper von mir scort aber damit hätte ich natürlich die Punkte nicht gescort es wäre immer noch ein Sieg für mich gewesen weil ich immer noch mehr Classifieds gehabt hätte aber das war natürlich das deutlich bessere Outcome aber wäre trotzdem irgendwie ganz witzig gewesen da McMurder wieder hoch zu holen so dann würde ich mit euch gerne mal ein alternatives Szenario betrachten ich habe mir nämlich überlegt was wie ist das ganze ausgegangen wie ist es gelaufen was hätte anders passieren können ich glaube wir hatten beide Glück als wir hier hinten der SAS und nicht der SAS der Chasseur und der Dozer die sich hier umeinander gedodged haben hatten beide aber auch viel Pech dabei andererseits das Outcome hier vorne mit dem Scout der hier erfolgreich war ist glaube ich so okay der Spetsnuts gegen den Sniper und sowas der Rest war glaube ich relativ ausgeglichen ich glaube ich hatte halt den Vorteil dadurch stark dass ich zwei sehr schwer zu erfüllende Classifieds zuerst gescored habe und dann das HVT denyen konnte der Rest war relativ egal und ich habe mich darauf fokussiert und ich glaube das hätte Tristan auch tun können in der Konstellation war es sehr knapp oder wäre dieses Szenario sehr knapp gewesen ich glaube ich würde persönlich lieber ein 10-5 Split an der Stelle spielen um mehr Power durchweg auch in einer Gruppe zu haben man hat gesehen gegen Ende raus wenn dann die ersten Einheiten fallen und er musste sich in der ersten Runde stark exponieren dann mussten ein paar Modelle fallen und dann fehlte ihm der Dampf im Endeffekt in der Liste das wäre in einer anderen Konstellation noch interessanter gewesen was auf jeden Fall auch was ich glaube ich auch anders gemacht hätte ist der rote Armandinho also der in Gruppe 2 steht auf der gleichen Seite wie weitestgehend alle Einheiten die in dieser Gruppe etwas tun können der grüne auf der Seite wo die grünen etwas tun können und ich hätte das getauscht so dass der grüne also Gruppe 1 in diesem Fall auf dieser Seite Rauch legen kann und alle anderen davon vorlaufen können und andersrum damit ist man flexibler und kann mehr Power in die eigentlichen Einheiten setzen und das Rauch setzen als ja als Nebenprodukt bekommen was wäre aber gewesen wenn man folgendes gemacht hätte der Armandinho hätte wäre nach hier vorne im Purchased okay wäre dort hätte dort gedodged fein er hätte keinen Rauch geworfen hier vorne hin das ist wichtig sondern wäre gedodged und dann hätte man das Bike genommen das Bike hatte in der Gruppe fehlten zwei Befehle von Sechsen und zwei Irreguläre das Bike hätte wäre einen Move nach hier hin gefahren und hätte hier hinten Rauch hingelegt mit der Intention die Base von dem Bike passt genau so dass ich im Rauch bin und das HVT noch score habe es ist relativ eindeutig dass ich keine MSV Einheiten habe also Rauch kann mir alles nehmen zweiter Move wäre ein Move nach hier vorne ne der Armandinho hätte seine Irreguläre Order benutzt um hier vorne Rauch hinzulegen damit der Sniper nicht sieht der Biker sieht von hier aus durch den LKW durch auf das hintere Rauchwerk der Armandinho kann hier vorne Rauch hinlegen und damit ist dieser Passage hier zu dann kann ich den zweiten regulären Befehl in den 112 stecken nach hier hin fahren von dort aus nach vorne Candy Cloud Sünken und wieder zurück fahren das muss schon präzise genau funktionieren das ist da ist nicht viel Platz für Fehler ich glaube man kommt bis dahin ich habe 1 2 3 irgendwo noch einen vierten also vier Position habe ich gemerkt 1 2 3 4 genau da unten drunter ist der vierte das heißt man hätte genau diese vier unter perfekter Konstellation und der Armandinho hat seine Irreguläre benutzt das heißt man hat zwei Ausfälle die man kompensieren kann einmal durch den Irregulären vom Walker und ein O12 Prestige hätte ich zwei Sachen die ich nochmal machen kann das ist eine dünne Margin um das ganze funktionieren zu haben man hätte er hätte allerdings dann der Candy Cloud sehr weit hinten hätte immer noch keine Classifieds erfüllt hat das mein HVT allerdings so weit hinten dass er niemand anders zum HVT bewegen muss wenn der Berg nicht zum Propheten kommt und so weiter sondern hier hinten kann der War Driver das ganze erfüllen und auch der Tank Hunter oder Vasili Vasili so kann auch dahin laufen und das erfüllen das wäre und ich hätte es wahrscheinlich nicht geschafft das HVT noch wieder zu mir zu ziehen also ich glaube das wäre eine ziemlich attraktive Variante gewesen allerdings auch wirklich hätte genau funktionieren müssen man hätte das sehr genau sehen müssen aber ich glaube das wäre eine sehr interessante alternative Szenario gewesen was mich glaube ich auch ganz anders hätte positioniert ich hätte trotzdem immer noch am Ende den Vorteil gehabt dass ich Capture am Ende äh setzen kann Capture ist offensichtlich wenn alle anderen Classifieds erfüllen sind der das schwierige dabei was der zweite Zug einfach sehr viel besser erfüllen kann okay das war mein vierter Battle Report ähm für mich heute ist Montag äh Mittwoch startet die nächste Runde ich bin gespannt was es dann geben wird schaltet wieder ein bis dann mit genau die Vielen Dank.